In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die waagerechte oder schiefe Asymptote einer E-Funktion innerhalb von Sekunden erkennt und richtig interpretiert. Alles fängt relativ einfach an mit dem Schaubild der Ehox-Funktion. An diesem Schaubild wollen wir das Verhalten gegen Plus und Minus Unendlich ablesen, bzw. das Verhalten im Unendlichen. Dafür müssen wir uns an eine Kleinigkeit erinnern, wenn wir das Koordinatensystem betrachten. Auf der x-Achse nach rechts schaut man immer gegen Plus und Minus und Minus. Und das gleiche Spiel auch mit der y-Achse. Nach oben schaut man gegen Plus und Minus und Minus. Wir wollen als erstes für x gegen Plus und Minus schauen, wohin f von x läuft. Dafür müssen wir sozusagen nur auf der rechten Seite von der y-Achse das Ende dieser Funktion am Schaubild betrachten. Das ist das Ende der Funktion. Ich glaube, jeder kann es ganz gut erkennen. Es geht ja nach oben. Also es geht gegen Plus und Endlich. Ein bisschen interessanter wird es, wenn wir das Ganze nach links betrachten, also für x gegen Minus und Endlich. Wenn wir hier das Ende der Funktion anschauen, also hier an dieser Stelle, dann seht ihr ja, die Funktion geht seltsamerweise nicht nach oben gegen Plus und Endlich und auch nicht nach unten gegen Minus und Endlich. Sondern die Funktion nähert sich gegen die x-Achse und die x-Achse besitzt den y-Wert 0. Übrigens, die e-Funktion wird nie die x-Achse berühren oder schneiden, deshalb ist dieser 0 nur ein Näherungswert. Also, kurz gesagt, wir können dann sagen, f von x läuft gegen 0. Dieser Näherungswert, auch Grenzwert genannt, nennt man diesen Zusammenhang auch natürlich waagerechte Asymptote. Und die wird dann mit y gleich 0 angegeben. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, es gibt noch eine andere Notation für das Verhalten im Endlichen. Es gibt auch Lehrer, die zum Beispiel oder im Studium, diese Schreibweise hier bevorzugen, mit Limes. Limes bedeutet Grenze oder Grenzwert in diesem Zusammenhang. Beide Notationen sind erlaubt. Nimmt einfach das, was ihr vom Unterricht kennt. Wir wollen natürlich das Ganze jetzt ein bisschen vertiefen. Und deshalb verrate ich euch, es gibt ein sehr enger Zusammenhang zwischen der waagerechten Asymptote und der Verschiebung einer e-Funktion in y-Richtung oder auf der y-Achse. Tragen wir zusammen, was wir bis jetzt wissen. Also, wir haben die e-Funktion hier wieder abgebildet und wir haben herausgefunden, die besitzt eine waagerechte Asymptote bei y gleich 0. Als nächstes wollen wir diese e hoch x-Funktion einfach um eine Einheit nach unten in y-Richtung oder auf der y-Achse verschieben. Dann wird natürlich die Funktion wie gerade abgebildet aussehen und der neue Funktionsterm, ich hoffe nachvollziehbar, ist e hoch x minus 1. Also, indem wir eine Zahl dazu addieren am Ende der Funktion oder abziehen, verschieben wir die Funktion einfach auf der y-Achse nach oben bzw. nach unten. Gut, wenn ihr jetzt nach links schaut bei dieser Funktion, dann könnt ihr auch diesen Näherungswert oder die waagerechte Asymptote ganz gut erkennen. Und zwar, das ist natürlich y gleich minus 1. Also, die Funktion nähert sich jetzt auf der linken Seite gegen minus 1. Und vielleicht anschauen der eine oder andere von euch an dieser Stelle, auf was ich verweisen möchte. Und zwar, wir haben die e-Funktion um eine Einheit nach unten verschoben, deshalb war y gleich minus 1 die Asymptote. Da liegt ja nahe, dass diese Verschiebung auch gleichzeitig die Asymptote ist. Und das stimmt. Wenn wir jetzt zum Beispiel die e-Funktion betrachten, sie ist gar nicht verschoben, also wir können uns dahinter auch eine plus 0 vorstellen. Das bedeutet, dass 0 die waagerechte Asymptote ist. Und ja, das kann man diesen Zusammenhang verallgemeinern. Und zwar für reine e-Funktionen, damit meine ich einfach unveränderte e-Funktionen, die nicht vermischt werden mit Potenzfunktionen, gebrochenrationale Funktionen, trigonometrische Funktionen, gilt immer die Tatsache, dass die Verschiebung in y-Richtung auch gleichzeitig die waagerechte Asymptote ist. Auf diese Weise könnt ihr das sehr schnell und sehr einfach ablesen. Und damit ich euch auch beweisen kann, dass es so schnell und so einfach geht, machen wir jetzt einfach ein paar Übungsaufgaben. Und zwar, es geht darum, ein paar waagerechte Asymptoten abzulesen. Wenn ihr das Gefühl habt, das Thema verstanden zu haben, kann ich euch nur empfehlen, an dieser Stelle auf Pause zu drücken und selbst zu versuchen, diese Asymptoten zu ermitteln und dann mit meinen Ergebnissen zu vergleichen. Also, bei der ersten Funktion. Wir suchen die Verschiebung auf der y-Achse oder dieser eine Term, der alleine steht und nicht mit mal an der e-Funktion verknüpft ist. Ich denke mir, ganz einfach zu erkennen, das ist natürlich die minus 4. Also, mit gutem Gewissen können wir jetzt sagen, y gleich minus 4 ist die waagerechte Asymptote. Genau das Gleiche machen wir auch bei der zweiten Funktion. Nur hier kommt was Mieseres vor. Und zwar, diese alleinstehende Zahl kann natürlich auch vorne stehen. Also, sie muss nicht nur hintendran gehängt werden, sondern befindet sich auch manchmal vorne. Ihr seht, getrennt von der e-Funktion. Also, in diesem Fall ist 5 die waagerechte Asymptote. Bei der nächsten Funktion, ja, dieser Term sieht ziemlich unangenehm aus. Allerdings hängt gar nichts in der Gegend rum. Alle Terme, die ihr da seht, hängen an der e-Funktion. Das bedeutet, wir können uns ruhig eine 0 hinten vorstellen, plus 0. Deshalb ist 0 die waagerechte Asymptote. Tja, für die letzte Funktion, vielleicht hat der eine oder andere schon bemerkt, da stimmt was nicht. Ist auch in Ordnung so. Sorry für die Falle an der Stelle. Natürlich trifft das hier nicht mehr zu. Es gibt nicht nur eine Zahl, die allein in der Gegend steht, sondern ein ganzer Term. Das ist ja eine eigene Funktion, mit x hoch 1. Und in diesem Fall haben wir keine waagerechte Asymptote mehr, sondern hier ist der Übergang zu der schiefen Asymptote. Schief, weil es handelt sich um eine Geradengleichung der Form y gleich mx plus c. Und jetzt wollen wir uns natürlich auch mal anschauen, wie so eine schiefen Asymptote grafisch aussieht. Dafür nehmen wir die Funktion von vorher und zeichnen sie. So sieht die aus. Und wenn ihr diese Funktion nach links betrachtet, dann nehmen sie eine seltsame Form an. Die ist ja fast gerade. Das liegt natürlich an dieser schiefen Asymptote. Das ist eine geradengleichung und die Funktion nähert sich an dieser Asymptote. Und die schiefen Asymptote kann man natürlich, wie ihr gesehen habt, genauso einfach ablesen wie die waagerechte Asymptote. Das ist einfach dieser Teil der Funktion hier. Und den Unterschied zu der waagerechten Asymptote ist, hoffe ich, an dieser Stelle auch offensichtlich, offensichtlich wegen dieser x hoch 1 Term. Und natürlich üben wir an dieser Stelle auch noch ein bisschen das Ablesen von schiefen Asymptoten. Hier sind unsere Funktionen. Auch hier, wenn ihr das Gefühl habt, das Thema ist verstanden, bitte auf Pause drücken und selbst die Aufgaben zuerst lösen. Bei der ersten Aufgabe. Die E-Funktion, alles was mit mal an der E-Funktion dranhängt, bitte ignorieren. Also es bleibt ja nur dieser minus 4x minus 1 übrig. Und das ist für uns die schiefe Asymptote. Bei dem zweiten Beispiel, alleinstehend, und nicht an der E-Funktion dranhängen, gibt es nur dieser 5x. Deshalb ist 5x unsere schiefe Asymptote. Bei dem dritten Beispiel, alles ein bisschen versteckt, also die E-Funktion interessiert uns wieder nicht. Das bedeutet, die 1 vorne und das minus x hinten bilden die schiefe Asymptote. Dann können wir sagen, y gleich 1 minus x. Oder auch andersrum ist natürlich völlig in Ordnung. minus x plus 1 ist die schiefe Asymptote. Und bei der letzten Beispielaufgabe, naja, da habe ich es ein bisschen übertrieben. Nach dem Motto, schlimmer geht es immer, es ist schließlich Mathe. Ich hoffe, dass es euch aufgefallen, dass diese hintere Funktion, hinter der E-Funktion, diesmal keine geradengleichung ist, sondern eine quadratische Funktion. So eine Art von Asymptote nennt man auch Näherungskurve. Näherungskurven sind jetzt nicht Teil dieses Tutorials. Ein passender Tutorial dazu findet ihr am Ende im Abspann. Das war jetzt hier an dieser Stelle nur als Allgemeinwissen gedacht. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Viel zu kurz gekommen ist in diesem Tutorial das Verhalten im Unendlichen für die E-Funktion. Das ist ein sehr wichtiges Thema für Abiturienten sowie Studenten. Außerdem spielen die Eigenschaften der E-Funktion wie Verschiebung, Streckung oder Spiegelung eine wichtige Rolle. Ableitung und Stammfunktion bilden mit der E-Funktion ist natürlich wichtig, sowie das Lösen von Exponentialgleichung. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Und wenn euch das Video geholfen hat,